Das reicht's. Er wird jetzt reden. Lauf, lauf, lauf. So schnell du kannst. Du kannst mich nicht fangen. Ich bin der Pfefferkuchen, Mann. Ihr seid ein Monster. Ich bin nicht das Monster, sondern du. Du und der Rest von diesem Märchenabschauen vergiftet meine perfekte Welt. Jetzt sag mir, wo sind die anderen? Ihr kennt mich mal. Ich habe mich bemüht, fair zu euch Kreaturen zu sein. Aber jetzt ist meine Geduld am Ende. Sag's mir, oder ich? Nein, nicht die Knöpfe. Nicht meine schönen Traubsknöpfe. Also schön. Wer versteckt sie? Okay, ich sag es euch. Kennt ihr den Muffinmann? Den Muffinmann? Ja, den Muffinmann. Ja, ich kenne den Muffinmann. Er wohnt in der Drury Lane. Nun, sie ist mit dem Muffinmann verheiratet. Die Muffinmann? Den Muffinmann. Sie ist verheiratet mit dem Muffinmann.